Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Karsten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. In unserem heutigen Video geht es um Rotationslappenplastiken. Das sind Hautverschiebungen, mit denen man Wunden verschließen kann, und zwar oft auf eine sehr elegante Art und Weise. Diese Wunden treten in der Dermatologie am häufigsten auf nach der Entfernung von hellem Hautkrebs, also beispielsweise Basalium oder Platnebethylkarzinom, und wenn dann dieser Tumor komplett entfernt wurde, dann muss man natürlich die Wunde auch wieder verschließen, sodass man möglichst ein gutes kosmetisches Ergebnis erzielen kann und auch so, dass die Funktion in der entsprechenden Region nicht eingeschränkt wird. Wir haben dazu schon einige Videos veröffentlicht. Vielleicht noch einmal kurz zur Wiederholung. Diese Verschlusstechniken orientieren sich an den Untereinheiten der ästhetischen Einheiten im Gesicht, beispielsweise die Nase hat mehrere ästhetische Untereinheiten, und man versucht die Schnitte in diese Grenzen zwischen den Einheiten zu legen, damit sie weniger auffallen. Natürlich ist es noch viel wichtiger, dass die Funktion durch so eine Lappenplastik nicht eingeschränkt ist, dass es beispielsweise an der Nase, dass man gut atmen kann, oder im Bereich des Unterlids, dass das Unterlid nicht nach unten gezogen wird, sondern dass man die Kräfte umlenkt, sodass sie eher von der Seite wirken. In diesem Video sehen Sie einige Beispiele, wie man die Rotationslappen anwenden kann, und ich werde auch etwas auf die Technik eingehen. Auf dieser Skizze sehen Sie das Schema eines Rotationslappen. Wenn man einen Tumor entfernt, dann hat man sehr oft einen runden Defekt, manchmal auch einen richtig kreisförmigen Defekt. Man muss diesen kreisförmigen Defekt aber in eine dreieckige Wunde überführen, damit man den Rotationslappen gut einsetzen kann. Denn sonst würde sich an der Stelle, die hier mit Dog Ear bezeichnet ist, eine Hautvorwölbung entwickeln, die unschön aussehen würde und auch den Mundverschluss behindert. Hier auf diesem Bild sehen Sie eine Wunde im Bereich des vorderen Nasenflügels. Dieser Defekt eignet sich sehr gut für einen Verschluss mit einer Rotationslappenplastik, weil wir durch diese Mobilisation dann eher eine Öffnung des Nasenflügels und eine Öffnung des Nasenlochs erreichen und somit auch das Risiko, dass die Nasenatmung behindert wird, reduziert ist. Wenn man im Bereich der Nase präpariert, dann ist die Präparationsebene unterhalb des Muskels, also unterhalb des Musculus Nasalis. Das hängt damit zusammen, dass die Gefäßversorgung dann viel besser ist und es auch deutlich weniger blutet. Bei einer Operation an der Nase kann es oft sein, dass man weniger Gefühl im Bereich des Lappens hat, weil natürlich auch die Nerven, die durch die Haut hindurchziehen, bei der Lappenplastik durchschnitten werden. In den allermeisten Fällen kommt aber das gefühlt wieder. Meistens dauert es allerdings Monate, manchmal kann das auch einige Jahre gehen. Hier auf dieser Skizze sehen Sie eine Modifikation des Rotationslappens. Und zwar wird hier ein sogenannter Rückschnitt oder ein Backcut eingefügt. Es ist durch den weißen Pfeil gekennzeichnet. Dadurch wird der Lappen besser mobilisierbar. Man muss natürlich aufpassen, dass man diesen Backcut nicht zu weit in den Lappenstiel führt, damit die Durchblutung des Lappens weiterhin gut gewährleistet ist. Auf diesem Bild sehen Sie dann das klinische Bild eines Rotationslappens mit einem Backcut. Hier haben wir die Markierung auf der Nase und hier dann den Lappen direkt nach der Operation. Durch diesen Backcut kann es manchmal zu einer Verlängerung des Schnittes führen, zur Nasenwurzel hin. In allermeisten Fällen gibt es aber ein kosmetisch ansprechendes Ergebnis. Auf dieser Fotografie ein weiteres Beispiel eines Defekts oberhalb des Nasenflügels im Bereich der Nasenflanke. Auch hier wurde ein Rotationslappen mit einem sogenannten Rückschnitt eingefügt und die Linien der Naht entsprechen ziemlich gut den ästhetischen Untereinheiten beziehungsweise den Grenzen zwischen den ästhetischen Untereinheiten. Hier sehen Sie dann auch nochmal den Zustand, nachdem die Wunde schon abgeheilt ist, ungefähr so nach etwa drei Monaten. Wenn ein Tumor im Bereich des Unterlids entfernt werden muss, dann muss man natürlich sehr darauf achten, dass kein Zug aufs Unterlid kommt, sodass das Unterlid nach unten gezogen wird, sodass dann eventuell ein sogenanntes Triefauge entstehen würde. Hier kann man aber auch mit einem Rotationslappen diese Wunde verschließen und dieser Rotationslappen, der schiebt quasi von unten nach oben und durch den Backcut hat man auch noch eine Unterstützung, sodass der Lappen von unten weiter nach oben geschoben wird und dadurch ist das Risiko für einen Zug auf das Unterlid sehr gering. Rotationslappenplastiken sind auch sehr gut geeignet, um größere Defekte im Bereich der Wange zu verschließen, so wie in diesem Beispiel. Hier ist es so, dass die Nahtlinien in etwa den Hautspannungslinien entsprechen und wenn das der Fall ist, dann kann man auch sehr oft mit einem guten kosmetischen Ergebnis rechnen. Hier sehen Sie einen größeren Defekt im Bereich der medialen Wange und des Unterlids. Wenn man so einen Defekt verschließen will, dann muss man einen relativ weiten Weg gehen, um die Haut in die Wunde zu schwenken, damit kein Zug auf das Unterlid entsteht. Und es ist noch eine Besonderheit, das sehen Sie auf dieser Skizze, man führt den Schnitt des Rotationslappens nach oben, damit man eine Aufhängung hier im Bereich des Jochbogens hat, damit man mehr Haut zur Verfügung hat für den Defekt, sodass dort auf gar keinen Fall ein Zug aufs Unterlid auftritt. Auf diesem Bild sehen Sie eine Wunde am Handrücken. Auch hier kann ein Rotationslappen eingesetzt werden. Die Linien, die Nahtlinien, die von der Rundung wegweisen, sind ebenfalls Ausgleiche von Hautüberschuss. Das ist im Bereich des Handrückens sehr oft der Fall, dass man dort auch überschüssige Haut entfernen muss, damit sie sich nicht aufstaut. Im Bereich des Kopfes werden Rotationslappen auch sehr häufig eingesetzt. Hier sehen Sie eine Wunde im Bereich des Schädels. Dort ist die Haut sehr, sehr unelastisch, sodass man oft einen weiten Weg wählen muss, also das heißt einen größeren Schnitt machen muss, um die Elastizität zu erreichen, die erforderlich ist, um die Wunde zu verschließen. Hier ist diese Modifikation, dass wir eine doppelte Rotationslappenplastik gemacht haben. Das heißt, wir bewegen Haut von beiden Seiten in die Wunde und wir haben die Dock-Ears, also die Ausgleichs-Dreiecke, in die Mitte gesetzt. Das heißt, es wurde noch eine Hautverpflanzung durchgeführt, um die Spannung auf die Wundränder zu reduzieren. Bei diesem Defekt im Bereich der Nase, Sie sehen hier übrigens diese weiße Struktur, das ist der Knorpel mit der Knorpelhaut. Dieser Defekt hat sich sowohl auf die Nasenspitze als auch auf die Nasenflanke ausgedehnt. Und da ist es oft eine gute Idee, wenn man die ästhetischen Untereinheiten separat verschließt. Im Bereich der Nasenflanke haben wir einen Rotationslappen eingesetzt. Die Haut wurde von der Wange verschoben und das Ausgleichs-Dreieck nach oben, was an den Defekt anschloss, haben wir unten auf die Nasenspitze eingesetzt, sodass dann auch bei der Abheilung diese ästhetischen Untereinheiten schön rekonstruiert aussehen. Bitte posten Sie Ihre Erfahrungen mit Hautoperationen gerne hier unter diesem Video. Vielleicht schaut auch der eine oder andere chirurgisch tätige Dermatologe zu und vielleicht hat er auch einige Erfahrungen, die er hier gerne mit uns teilen möchte. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Karsten.